So, und da sind wir jetzt auch wieder in der ästerischen Vorkammer. Da wartet auch schon die Syl auf uns. Alles klar, Sweetie. Da können wir auch nichts mehr machen. Muss man mit der sprechen? Wenn Brink das nur sehen könnte. Tja. Ich habe diese drei Runentore wieder aktiviert. Aber es ist das vierte, das tiefer hinabführt. Die Esterianer müssen sie anlässlich irgendeiner Bedrohung deaktiviert haben. Die Glyphen für den Zielort fehlen. Wir müssen diese Glyphen finden, um weiterzukommen. Sucht hinter den aktiven Toren danach, während ich mir diese Kammer genauer ansehe. Beeilt euch. Zwischen uns und der Glutsteinschmiede in der Tiefe liegen noch viele Hindernisse. Alles klar, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Sie haben eine neue Quest gestanden. Jo, wir müssen jetzt überall in jedes Portal dort etwas finden. Und dann können wir das vierte Portal damit aktivieren und weiter rein. Es hält sich eigentlich relativ gut. Muss man sagen. Sehr gut. Es ist herrlich. Dieser Explosionsschuss ist einfach Traum. Ich glaube, ich habe nicht mit denen Nebenquests zu lange aufgehalten. Weil die sind, so wie es aussieht, ähm, die haben mich zu sehr aufgerüstet. Guck mal, ich one-hit hier alles und ich bin eigentlich immer noch in der Hauptquest. Was man sich jetzt nicht so schüttelt. Hier einfach mal alles gut. Herrlich. Ich meine, es tut auf jeden Fall gut, ne? Es ist jetzt nicht so, als würde ich mich dementsprechend beschweren, dass langweilig... Okay, das war jetzt nicht schlecht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde ich mich dementsprechend beschweren, dass langweilig... So, nicht identifizierter Bogen. So, dann will ich mal gucken. So, zwei auf Verteidigung, drei auf Geschicklichkeit. Ich mache hier Abenteurer weiter. Das ist ganz gut. Magie und Geschicklichkeit. Das kann erstmal alles rühren. Okay. Dann gibt es so das noch. Und dann kann man noch... Ihr Regleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas identifiziere. Ich bleib bei diesen 229. So, die Stiefel. Fünf Rüstungen. Das andere ist 24. Das musst du dir mal geben. Oh. Selten. Handschuhe. Gorgonenhandschuhe. Achso, das sind magische. Ah. Magische Handschuhe. Na gut. So, die Frage ist nur, wo will ich jetzt langen? Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Alter. So, jetzt muss ich wirklich ein bisschen nach, wo ich lang muss, weil hier sind jetzt ganz viele Wege. Meine Nachthahre ist noch unterwegs. Das ist schon mal ganz super. Könnte ich hier ein bisschen weiter durchstellen. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Oh, 300 Volt. Das hat sich auch. Das kann auch noch fett rum. So, mein Mana. Ach, ich hab gut auf die Fresse. Ich hab das Lachen. 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 Ich glaube, ich bin hier richtig. Die Frage ist, möchte ich hier richtig sein? Ähm, genau. Das kann alles rüber. Vorerst mal. Ah, bei den glanzlosen blauen Blutschneiden bin ich auch nicht so sicher, weil mit Eis hab ich jetzt auch nicht so viel zu tun. Na gut, ich werd's schon irgendwie hinkriegen. Ah, Identifizierungsschriftrollen. Das ist immer ganz gut, weil von denen hab ich jetzt aktuell nicht so viel. Dementsprechend ist es gar nicht so viel zu tun. Oh, das gab auch wieder Ruhm. Das bedeutet, ich hab gleich wieder einen Skillpunkt. Gut. Man kann dann gucken, was ich mache. Wie sieht's dann aus? 51.000 Ruhmpunkte brauch ich und 49.000 hab ich. Umgerechnet sind es knapp 2.000 Ruhm. So, jetzt könnte ich natürlich wieder angeln. Aber ist halt die Frage, brauche ich das? So. Okay. Das kann weg. Die beiden behalte ich mal, weil von den großen Dingern find ich jetzt doch nicht so viele. 34 Gesundheit. Ah, das ist alles super. Ein Zauberspruch. Ah, wir können also... Oh, Feuerball 2. Ähm... Stadtportal, Heilung ist wichtig. Die Skelette benutze ich aber auch. Weiß was, behalte ich dann erstmal vorerst. Dann sollte das alles machbar sein. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich den Feuerball 2 nehme. An sich scheint der ganz gut zu sein. Die Frage ist nur, ähm... Stadtportal, Schriftrolle. Ja, das brauche ich alles nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwie aktuell irgendwelche Rüstungen finde. die ich groß anziehen kann. Liegt einfach aus dem Grund heraus, dass ich mich jetzt so gut eingerichtet habe durch die Nebenquests, dass ich einfach... over the... top bin. Ups, das wollte ich nicht. Jo, super. Die Frage ist, wann schicke ich meine Nachthahre denn wieder in die Stadt? Das ist schon wieder fast voll. Die Kleine. Geht aber auch schnell, muss man sagen. Also... Das ist jetzt nicht so, als wenn das nicht der Fall wäre. Beziehungsweise als wenn Items jetzt hier selten wären. So, bei den Ohren bin ich immer vorsichtig, weil da können entweder Skelette rauskommen, die jetzt nicht so wild sind, weil die relativ lange brauchen, bis sie aufstehen. Aber... Das kann halt auch mal passieren. Nein, kleine Schlangen. Die machen uns aber nichts. Portal zum Gehufenraum. Okay, da bin ich doch also richtig. Ähm... Ja, hätte ich doch Portal schrifttreu, ne? Weißt du was? Komm, YOLO. Machen wir weiter. Gehen wir direkt da hin. Gab das jetzt Ruhm? Habe ich jetzt nicht gecheckt. Aber ich denke mal schon, ähm... Ja, ich könnte es mir eigentlich sparen. Eigentlich könnte ich mir diese Identifizierungsrollen sparen, um ehrlich zu sein. Weil ich werde hier sowieso nichts finden. Sag ich ganz ehrlich, was mir weiterhilft. Mal einfach... Oha! Was aber... Was sind die Nebel, Monster, Geister oder was weiß ich was jetzt? Doch. Was hat jetzt... Habe ich jetzt gefressen. Ich tut da drüben, das ist schon mal gut. Auch gar nicht abzuhauen. Wenn ihr mich angreift... Auf die Schmerze. So einfach ist das. Ihr Lübel. So, ich könnte jetzt die Glüh für die Wendung nehmen. Aber ich will hier noch aufräumen. Auf der anderen Seite muss ich... Was muss ich hier... Was war das? Das wollte ich doch gar nicht. Nein, ich bin wieder zurück, weil ich die Glüh für vergessen habe. Ähm... Ups. Elektrizität, höheres Zaubertempo. Erhöht jeden Giftschaden im Eingriff um 8%. Eigentlich nicht schlecht. Das war jetzt wirklich mal eine gute Sache, die ich gefunden habe. Bonus auf Verteidigung und 68 Gesundheit. Nein. Dann kommt das weg. Mein Begleiter kann ich nicht stärker machen. Ja, ich muss jetzt hier diese Ebene doch nochmal entlang laufen. Ist jetzt nicht ganz so geil. Aber da kann ich vielleicht mal hier lang gehen. Da ist nicht noch... Da habe ich als Kammerjäger ein bisschen... Ich konnte auch ein bisschen Zeug absammeln und Ruhm und allem drum und dran. Das war doch schon mal super. Hat sich doch schon mal ein bisschen gelohnt. Was man vergessen hat, kann man wiederholen. Ich meine, die Zeit nehmen wir uns einfach jetzt mal mit Let's Play. Und... Ja. Ja, die Elaine sieht ganz tough aus. Die kann so rumlaufen mit ihrem Gewehrchen. Und mit ihrem Nachtharrer. Die beiden sind schon super. Ich bin hier lang. Ne, da gibt es auch nichts. Vielleicht hier? Naja, so viel war das jetzt auch nicht. Aber vielleicht finde ich da ja was. Nicht identifizierbares Zeug. Okay, hier ist alles unter Wasser. Ähm... Das kann weg. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass ich hier irgendwas finde. Ja, die sind einzigartig, ne? Wohl erhöht... Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Er erhöht jeden Giftschaden um 8%. Ist natürlich auch super, aber ich glaube, das habe ich hier links auch drauf. Äh... Er erhöht Eisschaden um 35%. Bonus auf Geschicklichkeit und Stärke. Ja, dann kommt das weg. Das kann weg. Das... Warte mal. Intelligent plus 9 Mana. Was habe ich hier? 3 Rüstungen. Eisschaden, Eisresistenz. Ich glaube, das ist sogar gar nicht mal schlecht. Attribut Bonus auf Geschicklichkeit. Dann behalte ich das nämlich mal. Und werde mir hier den Glutstand rausholen. Und ziehe ich einfach die neue Rüstung an. Hat die eigentlich einen Sockel? Nee, ne? Doch, die hat einen Sockel. Okay. Bonus auf Verteidigung oder... Bonus auf Geschick. Naja, gut. Die 2 Geschicklichkeit machen den Bock wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich fett. Dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig zu entscheiden. Was jetzt besser ist? 3... 3 Verteidigungen. Oder 2 Geschick. Schaden oder Verteidigung. 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 15 Minuten. Das ist okay. Äh... Weißt du was? Wir machen das so. Kein Wunder, dass die Esterianer so rasch Fortschritte gemacht haben. Sie hockten auf einer nie versiegenden Glutsteinquelle. Wir brauchen... Naja, wir brauchen alle 3. Okay. Ich muss die nicht abgeben. Deswegen habe ich die nochmal angesprochen. Ich muss die einfach nur aufsammeln und dann aktiviert sich das Portal automatisch. Okay. Mal gucken. Ich glaube ich sammle die 3 Glyphen einfach durch. Dann haben wir es hinter uns. Und mach dann einfach einen längeren Part, wo man dann vielleicht wirklich... Lederwaffe und so ein Kram... Oh, das war super. Das war aber eine schöne Begrüßung. Okay. Abenteurer. Dafür brauche ich Stufe 19. Stufe 19 bin ich noch nicht, ne? Okay. Das bedeutet, ich könnte meinen Explosionsradius verbessern oder kritische Treffer. Ähm... Plus 4 Chance. Ich mach einfach kritische Treffer einfach weiter. Fertig. Und die Stufe Alarmgiftszauber. Ja, ich weiß nicht. Wir haben eine Falle ausgelöst. Ich denke mal, ich sollte erstmal dabei bleiben. Bei... Bei... Ähm... Wie heißt's? Bei Dingsbums? Bei... Durch Ruhm erhöhe ich meine kritische Treffer. Also mein Spiel für kritische Treffer. Und ansonsten bleibe ich erstmal bei dem Abenteurer. Ja, mein Fortschritt erhöht. Ihr geht mir auf den Sack, ihr kleinen Gnome. Nein, ich hab nix gegen Gnome, aber... die nerven einfach. Die sollen ja wahrscheinlich auch nerven, deswegen beziehen so großen Blöcken. So, jetzt will ich aber nochmal gucken. Mein Inventar wird langsam voll. So, Stärke. Ja, wir kriegen hier ganz viel... Also, das wollte ich ja behalten. Das kann rüber. Ähm... Das kann rüber. 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 Ich glaube zwar nicht, dass ich was besseres finde. Aber man weiß ja nie. Das einzigartige bleibt natürlich. Wunderbar. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht irgendwo hätte was besseres finden können. Aber... Ich denke mal einfach, dass ich das, was ich gefunden habe, bestmöglich eingesetzt habe. Goldstandard. Zwei-Händig. Okay, das sieht schon cool aus. Aber... Ich glaube nicht, dass ich damit was anfangen kann. Weil ich doch eher der Range Champion bin. Wunderbar. So... 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 Erstmal aufgeräumt. Holt noch ein paar Identifizierungsschriftrollen geholt. Ähm... Ja, das geht eigentlich, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Zauberspruch Vergeltung 1. Was ist das? Was ist Zauberspruch Vergeltung 1? Der Zaubende ist von einem rachsüchtigen Geist besessen, der bei Angriffen von Gegnern in der Nähe automatisch zurückschlägt. Achso, okay. Könnte ich vielleicht meinem Nachthanger beibringen? Wollen wir eigentlich nicht? Den Feuerball habe ich ja gesagt, den behalte ich. Schimmern der Glutstein! Da ist also die andere Aufgabe. Super. Ich glaube, ich denke hier zu komplex. Ich glaube, ich denke hier wirklich zu komplex. Also auf meine... Ganz gut auf die Fresse gekriegt. Also so langsam, glaube ich, komme ich in das normale Levelgebiet rein. Wo ich einfach, ähm... Ich muss gleich nochmal versuchen, nochmal in die Stadt. Ich glaube, ich brauche wieder Identifizierungsschriftrollen. So viel habe ich jetzt auch nicht davon. Ich glaube, ich komme mittlerweile so in Tiefen, wo ich jetzt wirklich... Wettbegleicht bin. Weil wenn ich halt getroffen bin, dann kriege ich doch nicht wenig Schaden. Und dann auch will ich eigentlich... Okay, da oben muss ich, ob ich will oder nicht. Ich meine, ich mache gut Schaden, ja. Die Frage ist nur... Halte ich auch genug aus, um diesen Schaden, die ich austeile, vorteilen zu können? Und bis jetzt sieht es... Es sieht noch fair aus, wenn ich sage. So, die Pils hinterlassen auch manchmal Gold. Das ist gar nicht so übel. Aber die explodieren natürlich auch. Dementsprechend ist alles mit Vorsicht zu genießen. Stufenaufstieg, Abenteurer 10, Maximum. Perfekt, genau so will ich da sehen. Habe ich eben aus Versehen Verteidigung geskillt? Äh, Magie. Bin mir da gar nicht so sicher, aber ich glaube schon. Super. So, ähm... Wenn ich das geskillt habe, dann könnte ich mich jetzt hier drauf konzentrieren. Was haben wir hier? Die Blockchance, entweder mit oder ohne Schild, ist eigentlich auch nicht schlecht. Kann ich auf Stufe 20 erlernen und das auf Stufe 25. Ähm... Ich würde aber trotzdem gerne kritische Treffer erstmal weitermachen. Obwohl ich glaube ich wirklich mit meiner aktuellen Taktik fortfahren sollte. Sprich, Level Up wird der passive Block Skill weitergeskillt. Und, ähm... Mit Ruhm würde ich dann einfach mal eine kritische Chance weitermachen. Dass ich auch mal ein bisschen defensiv werde. So... Nicht identifizierte Anschuldung. So... Hol mal. Hol mal. Oh... So... Ich bin erstmal geheilt. Und jetzt ist... Schimmernder Glutschein ist ne Quest. Okay. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Ah, Stärke. Mein Gepäck ist voll. Alles klar. Nach der Aradors zu tun. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Hm... Das kommt weg. Das brauche ich nicht. Das behalte ich. Ah, das ist alles eigentlich... Das ist schon nicht schlecht. Die Sachen selbst an sich sind nicht schlecht. Das Problem ist einfach nur... Oh, was haben wir denn hier? Acht Rüstungen hier erhöht Elektrizitätsschaden. Aber dafür habe ich neun Rüstungen und zwei Sockel. Die Handschuhe haben keine Sockel, ne? Doch, haben sie auch. Ist egal. Ziehe ich die mal an. Eine Verteidigung mehr ist nicht schlecht. Dahinter frage ich das auch nicht lange. Bei Handschuhen ist das eigentlich ganz gut. So, Ledermantel. So, jetzt erstmal... Erstmal in aller Ruhe diesen großen Raum nochmal ablaufen. Aber es sieht eigentlich so aus, als hätte ich alles. Die habe ich beim Mittagnachtssnack gestört. So, das kann alles weg. Mein Inventar ist voll. So wie es aussieht, kann ich die Nachthaare gleich wieder losschicken. Oh, das arme Mädchen. Aber... Die ist super. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. So, das kann alles rüber. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ist eigentlich ganz gut, dass ich hier Giftschaden mache. Anschießen und abhauen. Der ist doch jetzt, was das angeht, nicht ganz unrelevant. Vielleicht sollte ich einfach mal mehr anfangen, nicht rumzurollen, dass ich nicht genug Verteidigung habe. Sondern vielleicht sollte ich auch einfach mal ein bisschen anfangen und... Okay, ich vergifte den nicht immer. Ich verstehe. Das macht natürlich auch den Unterschied aus zwischen... ... ... ... ... Ich habe keine Ahnung, was ist das für mich oder nicht? Sie haben eigentlich alle ausgebucht. Das hat jetzt ein bisschen weh getan. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Primitiven hier auf sich hat, aber... Na, nach Tara Paul noch ein bisschen. So, die Frage ist, möchte ich hier hoch? Ja, hier gibt es ja noch kaum was. Oh doch, mehr als gedacht. Wow, 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 wow. Ihr Begleiter ist zurück. Das war ja fast gar nichts. Na gut. Super, das gab tausend Anruhen. Das ist aber nicht schlecht. Gut, da hätte ich auch hier weitergehen können, alles klar. Ähm... Das nach Tara, das kannst du haben. Den vollen Stack auch. Wunderbar. Es läuft doch ziemlich gut. Habe ich vielleicht... Schwierigkeitsgrad kann ich jetzt nicht umschalten, ne? Na gut, dann ist das einfach so. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Okay, von da oben kam ich. Das ist der Chaos-Budgeon. Das bedeutet, wir haben den schon mal fertig. Dann kann ich mal gucken, wie lange wir brauchen und dann entscheide ich, ob ich den nächsten mitnehme. Ach komm schon, ist er doch sowieso alle im Arsch. Kommt ruhig her. Na komm, auf. Ja, ja, das kommt. Komm. Komm, Kleiner. Komm. Alles für dich. Eine Kugel mit deinem Namen drauf. Jaaa, das war schön. Jetzt nehme ich aber doch noch diesen... diese Glyphe schnell mit. War das ne... War das ne... War das ne Falle? Ich glaube nicht, dass ich Damage bekommen habe, aber man weiß ja trotzdem nie so genau. So. Elf Rüstung. Joa, aber der Rest ist dafür einzigartig. So. Die Kette, die ich habe, ist eigentlich perfekt. Drei Bonus auf Geschick und Magie. Verzaubert. Zwei Teile Gold finden um 6% erhöht. Die Frage ist nur, habe ich davon irgendwas? Nein, habe ich nicht. Aber ist egal. Hm. Zwei Bonus auf Attribut Geschick, Eis und Magie finden. Zaubertempo. Attribut Geschick kann rüber. Das kann rüber. Das kann meine Nachthaare bekommen. Was haben wir hier? Schauen Sie auf kritische Treffer. Oh, das ist super. Hm. Weißt du was? Das mache ich hier hin. Da rein. Das war eine richtig teure. Das war jetzt nicht eine Glyphe, die ich gesucht habe. Aber das war ein sehr, sehr guter Glutstein. Deswegen habe ich denen mein einzigartiges Teil reingehauen. Also meinen einzigartigen Stiefel. Ja. Mit dem Baum ist es mal scheißegal, dass ich die Kleine hier fertig mache. Achso. Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte dich nicht angreifen. Das meinte ich eher. So sieht eigentlich ganz gut aus. Portal zum Glyphenraum. Aber irgendwie habe ich die Glyphe schon bekommen. Glyphe der Wendung und schimmernder Glutstein. Ich habe die Glyphe noch nicht bekommen. Also habe ich hier noch irgendwo was vergessen. Irgendwo habe ich noch etwas vergessen. Okay. Die Karte ist schon so weit weg wie möglich. Irgendwo habe ich was vergessen. Mir fehlt nämlich die Glyphe oder habe ich die aus Versehen meinem Nachthahre gegeben? Nö. Ich habe nur die Glyphe der Wendung. Es ist aber nicht die Glyphe, die ich gesucht habe. Da muss ich nur mal nachgucken. Bevor ich jetzt hier, was weiß ich wo, entlang laufe. Oder war das dieser Glutstein, was ich allerdings nicht glaube. Was ich allerdings nicht glaube. Muss ich da rüber? Mö. Muss ich hier runter? Sieht aber auch nicht so aus, als würde ich da irgendwo runterkommen. Oder durchrennen können. Ey, ich laufe jetzt einfach hier über nochmal durch. Vielleicht habe ich ja irgendwo eine Klitzekleinigkeit übersehen. Aber wenn ich mit einem Auge so rechts, ja doch in die rechte obere Ecke in die Karte so linse. Dann sieht das für mich aber jetzt nicht so aus, als hätte ich irgendwas übersehen. Auf der anderen Seite hätte ich mich auch teleporten können und gucken können, ob da vielleicht irgendwas einfach nur getriggert wurde. Aber, hm, schwierig, schwierig. Ne, das sieht jetzt nicht so aus. Jetzt muss ich den ganzen Weg wahrscheinlich gleich wieder zurück gehen. Hier ist auch nichts. Ne, ich war hier überall. Somal ich nicht glaube, dass am Anfang die Glutze schon da ist. Ich glaube, das wurde einfach irgendwie getriggert. Und ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Ich glaube, da hätte ich einfach nur durch das Portal gehen müssen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich probiere, ich versuche mich trotzdem nochmal ein wenig, ähm, ich versuche trotzdem nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Naja, Fischloch, ich muss jetzt nicht unbedingt mit der Angel in den Fischloch umstocher. Das muss nicht sein. Nö, also ich glaube, ich muss diesen ganzen Weg nochmal zurück gehen. Ich kann auch das Portal nehmen, glaube ich. Nö, das hat sich jetzt nicht aktiviert. Okay. Ah, ärgerlich. Wir sind schon 35 Minuten dabei. Ja gut, dann wird das einfach ein längerer Part. Diese Glöpfe möchte ich auf jeden Fall noch fertig machen. Goste es, was es wolle. Und wahrscheinlich muss ich da einfach nur durch das andere Portal nehmen und das teleportet mich dann in den Bossraum. Und ich habe das bei der letzten Glöpfe genauso gemacht. Habe es aber nur verkackt, irgendwie einen mir einzugestehen bzw. im Kopf zu behalten. Ach ja, normalerweise könnte man das jetzt rausschneiden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, warum eigentlich nicht, äh, warum sollte ich das denn rausschneiden? Da könnte ich ja dann auch eigentlich nur Wege machen, da einen Zeitraffer reinsetzen, den so ein bisschen nachkommentieren und dann ganz schnelle Speedruns oder so machen. Oder Walkthroughs. Boah, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Habe einfach mal überlegt, so, das ist so, keine Ahnung, so, erzählt Dark Souls zu machen, aber das wäre mir dann zu umständlich. Mal das Spiel dann dreimal durchzuspielen. Ähm, Dark Souls 1 mag ich, das ist ein schönes Spiel. Ähm, vor allem macht es auch Spaß, wenn man es halt lernt, wenn man am Anfang halt viel stört und verkackt und dann später einfach, ähm, ja, als Badass da rumheiert und denkt so, leckt mich Leute. Ähm, beziehungsweise nicht leckt mich Leute, sondern eher leckt mich, du blöder schwarzer Ritter, von dem ich am Anfang Schiss hatte, weil du nicht wanted ist. Ähm, einfach dem einen oder anderen zu zeigen, okay, man hat schon Skill. Ähm, aber hat mich jetzt nicht so gezogen, vielleicht doch, vielleicht hat mich das Spiel doch so gezogen, dass ich das mehrmals, ähm, spielen würde. Ich habe es ja einmal, ähm, ich habe es ja zweimal im Stream durchgespielt, zweimal, und habe es ja privat auch noch ein bisschen weiter gespielt. Ich glaube, ich habe mir einfach so die Ultradröhnung gegeben, dass ich das Spiel jetzt ein bisschen überdrüssig bin. Ähm, der zweite Teil hat mir jetzt nicht so gefallen. Der dritte Teil hat mich jetzt auch nicht so gerissen. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, Portal zum Glühfraum, ich habe es gewusst, dass ich mich wahrscheinlich einfach nur verguckt hatte. Das habe ich ja schon, das habe ich mir ja schon so ein bisschen gedacht. Oh, Mimik, die Mimik sind relativ stark in jedem Spiel, was jetzt auch nicht so unbedingt schlecht ist. Das ist trotzdem nervig. Aber es ist interessant zu sehen, dass das überall gleich ist bei den Mimiks. Okay, das gab wieder Fett rum. So, das kann alles rüber. Gesundheitswiederherstellung pro Sekunde und Attribut auf Magie. Gesundheitswiederherstellung ist eigentlich nicht schlecht. Das mache ich mal hier in dieses Dingsbums. Nein, Attribut auf Stärke. Oh Mist, ich wollte doch eigentlich Gesundheitswiederherstellung. Äh... Oh, erhöhte Erfahrung. Erhöht jeden körperlichen und Elementarschaden um zwei Prozent. Das ist mir die Einbußen von vier Rüstungen sogar wert, wenn ich ehrlich bin. Elektrizität mache ich ja sowieso nicht. Das bedeutet, die Verzauberung der schweren Niederstülp und Zitronengeld bringt mir gar nichts. Nämlich lieber die Aufmerksamen. Mal ein Prozent erhöhte Erfahrung, das ist natürlich super. Das kann rüber. Jo. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Okay. So, lass mich raten. Auf der anderen Seite geht es genauso weiter nach unten. Hm. One-Hit. Nee, geht's nicht. Aber immerhin habe ich mal noch ein paar... ...EP bekommen. Und meine Nachthara ist jetzt mittlerweile richtig lang unterwegs, ne. Das muss man schon sagen. Eineinhalb Minuten ungefähr. Beziehungsweise fast schon eine Minute und vierzig, würde ich schon fast behaupten. Ähm. Das ist nicht wenig. Also, wir sind schon ziemlich weit weg von der Stadt. Oh, Lundenschlosspistole. Oha. Wo kam das denn jetzt her? Ich habe diesen Geist gar nicht gesehen. Hallo. Trifst du dir das kleine Vieh auch mal? Das ist ja grausam. So. Nach Dara ist eine halbe Minute wieder da. 20 Sekunden ungefähr. Um es genau zu sein. Lundenschlosspistole 125. 150. Das kann weg. Oha. Ich bin mit meinem Feuergewehr eigens zufrieden. Der Begleiter ist zurückgekommen. Hehehehe. Ich habe keine Ahnung, wo du hin wolltest, mein Lieber. Aber nicht mit mir, mein Freund. gut. Super. Super. So, Nachthara. Du kannst auch gleich wieder gefüllt werden. Das wird immer, die kleine wird immer voll gemacht. Das ist schon irgendwie, da kommt man sich echt schon vor wie so ein... Okay. Nachthara, ich bin mal so frei und nehme mir die Glyphe mal. Weil die brauche ich im Inventar. Und danach gehe ich auch gleich mal in die Stadt. Wir sind jetzt bei 43 Minuten. Das reicht völlig. Dann mache ich die Glyphe beim nächsten Mal. Das bedeutet, ich gebe die Glyphe jetzt sowieso ab. Dann mache ich das Stadtportal. Und gehe zu diesem Barden. Und kaufe mir noch mal ein paar Sachen. Wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir, mein Lieber? Okay. Die Frage ist, will ich mir von dem Rüstung kaufen? Ja, ja, alles gut. Ich komme klar. Hi. So, Katzenfisch. Ich kann mal nicht in Katze verwandeln, aber... Wieso Katzenfisch? Warnung, Wirkung ist permanent. Guten Tag. Bist du eine Katze? Ich hinterfrage das nicht. Das wäre ein fantastisches Abo-Weier. Alles klar, das gab ordentlich Ruh. Er schlagt den Unhold. Und man wird euch... Man wird noch in ferner Zukunft euren Ruhm besiegen. Wir beide wissen natürlich, dass eure Prominenz eigentlich nur meine Fähigkeiten für... Äh, was... Versus Schmieden geduldet sein wird. Aber ich will ja nicht meckern. Wie zu viel erwartet euch ein Hort auf Ebene 14. Alles klar, dann mache ich das. Wir haben eine Aufnahme, ja. Hm... Jetzt die Frage, nehme ich die Dinger vielleicht mal mit? Warum eigentlich nicht, ne? Bonus auf Stärke. Gold finden. Ja, nö. Wir sehen uns. Jo. Ähm... Stimmt. Hier habe ich ja noch Lagersachen drin. Plus 12 Gesundheit. Dann lege ich das nämlich da mal hin. Dann habe ich den Glutstein nämlich... Auch schon... Ähm... Fertig. So. Ja, ich denke mal, das reicht. So, das geht hier nach Tara. Weil den Glutstein brauche ich jetzt nicht. Und ich würde gerne... Zu den Schmieden gehen, bis die mir meinen Glutstein aus dem Dingsbums holen. So, hier hast du deinen Dingsbums. Äh... Es gibt Orte auf dieser Welt, an denen die Zeit spurlos vorbeigegangen ist. Das heißt, die Elemente würden dort in ihrer ursprünglichen Form existieren. Logischerweise müsste auch der Glutstein dort dieselbe Energie in sich tragen. Wenn ihr eine Höhle findet, die die Zeit der Gestalt überdauert hat... Was? Die die Zeit der Gestalt überdauert hat? Achso, die Zeit der Gestalt... Hä? Ich... Wird das nicht getrennt und Gestalt großgeschrieben? Ähm... Dann sucht nach einem Splitter urtümlichen... Urtümlicher Glutstein. Im... Erfolgsfall bezahle ich euch mit Freuden so ein seltenes Exemplar. Ja... Ja, das bin ich. Sie haben eine Aufgabe erhalten. So, ähm... Gegenstand hier drin... Edelsteine zu uns. Super. Das wollte ich. Kartenschriftrolle... Ich glaube, beim nächsten Mal, im nächsten Part, werden wir ganz viele Nebenquests machen. Geschicklichkeit, Rüstung... Verringert... Weißt du was? Das haue ich mal hier hin. Das sollte eigentlich gehen, obwohl hier hätte ich das vielleicht... Ah... Den hätte ich vielleicht verbessern können. Egal. Ich sammle hier... Ich mache jetzt erstmal so, dass ich hier ein bisschen sammle und dann Feuer frei. Ähm... Ich beende den Part und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der... Nächsten Aufnahme. Macht's gut. Tschaui! Wir müssen besser auf. Ich bin entspr attackers mit Tro purchase. SODAS zu upstairs mit caricatur. Ich musste nachfass. Wir brauchen jemanden, des Spiel street und blut zu gist. Wir müssen Abnehmen auf. Vielen Dank.